Die Funktion f von R in R, so dass x als Bild den Betrag vom Sinus vom Betrag von x hat, hat als Graph einen dieser 5. Frage, welchen? Da f von minus x dasselbe ist wie f von x, ist die Funktion f gerade. Also muss die y-Achse Symmetrieachse des Graphen sein und somit können wir Antwort a, Antwort d und Antwort e ausschließen, denn diese Funktion ist ungerade und diese beiden sind weder gerade noch ungerade. Wir wissen zusätzlich, dass das Bild von 0 0 ist, denn der Sinus von 0 ist 0. f von 0 ist also 0, was bedeutet, wir können auch c ausschließen, weg, und somit bleibt nur noch Antwort b. Demzufolge muss b die richtige Antwort sein.